Guten Morgen! Ah, irgendwie hab ich das Gefühl, dass... schon... Wir sind heute höchst unzufrieden, dass wir heute nicht fischeln gehen. Oh, wir haben einen Brief bekommen. Hi Misa, ich habe viel zu viel Dünger für den Garten bestellt. Ich bin mir sicher, du kannst was damit anfangen. Pass auf dich auf, Julie. Danke. Oh, mehr Post? Hallo Misa, danke für den Auftrag zur Stallerweiterung. Zusätzlich zum doppelten Platz. Äh, ja, im Stall habe ich mir erlaubt, dir noch einen Brotkasten einzubauen. Lege einfach ein Ei hinein, um ihn zu benutzen. Wenn du Platz in deinem Stall frei hast, wird das Ei in einigen Tagen schlüpfen. Wie immer, danke für das Geschäft, Robin. Bitteschön. Das heißt, wir können jetzt... Ach ja, da wollte ich auch ernten. Wir können jetzt mal ein schönes Gönnchen... So. Und wir nehmen uns mehr Stroh. Noch ein bisschen Stroh. Haben wir jetzt die Eier aufgesammelt? Wir machen ein braueres Ei rein. So. Habe ich meine Hühnchen schon gestrahlt? Nee. Doch. Ist mir gleich aufgefallen. Da ist die Mutterbewusstsein, guck mal. So. Nehmen wir mal mit. Hier. Ist nichts fertig, aber da noch. Ja, super. Dann gehen wir zur Kratze. Miau. Miau. So. Sehr, sehr schön. Oh. Hm. Dann rollen wir das schnell auf. Dünger, das hier, das hier, das hier, das hier. Oh ja, mein großes Ei. Das kann man abgeben. Das geben wir auf. Das ist Freitag. Schauen wir mal zu dem Stand. Gibt's nicht bestimmt auch schön was. Oh, da haben wir das Zeug weggemacht. Ui. Und wenn ich jetzt ganz überlege. Das könnten wir hier auch schöner machen. Ich hab ja schon diesen Weg gebaut. Wir sind immer ein bisschen Stein mit. Das reicht nicht, bestimmt nicht. Haben wir eigentlich neue Rezepte bekommen? Also auch noch so Rezepte, die wir schon hatten. Hm. Joine. Naja, nicht so. Teil. Ich hab's eigentlich ausgerechnet. Ich hab' hier die Idee im Ring schon gebaut. Nö, ich kann die Idee im Ring bauen. Ja, ähm. So. War das hier weg? Das hier weg? Da auch? Hier? So. Ein bisschen gerade machen. Das ist halt auch. Und weil's hier geht. Oh, da ist... Oh, da ist... Mal hier noch was. Oh. Ein bisschen schön einsammeln. So, oder 50. So. Wollen wir mal, dass es ein bisschen ordentlicher ausschaut, ne? So. So. Wunderbar. Und hier. Auch runter. Ja, ich weiß, es geht natürlich nicht ganz so, wie ich es haben möchte. Aber, joa. Es geht einigermaßen. So. Na hier. Und mal unten noch fertig. Oh, das ist sogar sehr schön aufgegangen. Ähm, ja, machen wir noch ein bisschen Weg. So. Da kommt dann nämlich hier noch eins hin. Und da noch eins hin. Ja, das ist die Mietze-Katze. Ich überlege mir, ob ich hier einen Weg durchmache oder nicht. Ich mache auf jeden Fall hier einen Weg entlang. So. Machen wir den Weg. Ja, okay, reicht nicht so lange. Mal hier noch was zum Weg machen. Und da. Und da. Und so. Das schaut doch schon ein bisschen ordentlicher aus. Was wollte ich jetzt tun? Genau. Ich wollte zu Clint gehen. Und meine Gießkanne. Wegarbeiten. So. Dann gehen wir ja schnell zu Clint. In die Stadt. So. Hallo. Verpassen wir bitte meine Gießkanne. Danke. Na, noch 4000 übrig. Jetzt können wir damit 4000 Geld machen. Warte, 4800 noch irgendwas. Ich wollte zu Marni gehen. Ich wollte mir eine Ente holen. Hm. Ich überlege allgerät, ob ich mir eine Ente hole oder ob ich mir noch einen Stall baue. Einen Kuhstall. Hm. Ich gehe jetzt erstmal zur Bushaltestelle. Jetzt gehe ich zur Marni. So machen wir das. Oh, so. Hm. Irgendwann wird das nochmal schöner. So. Wie viel kostet denn eine Ente? Wir kosten gar nicht so viel. Oh, das ist auch noch was zum Weg machen. Oh, da ist auch noch was zum Weg machen. So. Oh, das war... Hat man schon so eine Hühnerstatue? Nee. Kann man noch abgeben. Sehr schön. Hm. Den jetzt Marni. So. Wo ist eine Ente? Tiere kaufen. Tiere kaufen. Mutige Tiere kaufen. Glückliche Ente. Ja. Das ist Kalle. Kalle Anka. Dann habe ich eigentlich bei meinen Tieren... Ich glaube, da habe ich... ...keine Heizgeräte drin. Mir war ich sicher. Wie viel hat das eigentlich gekostet, die Ente? Das 4.000 kostet der Ente. Wow. Cool. Das war teuer. Aber gut. Geh mal zu Gunther. Krass. Das war teuer. Scheiße. Ich wollte eigentlich zu dem wandelnden Ding auch noch gehen. Jetzt komme ich da natürlich wieder nicht mehr hin. Mist. Ach ja. So ist das. Hm. Ja, ja. Oh, Caroline. Ich gehe auch zu Gunther Karo. Oh, so. Nehmen wir sie uns später. Ja. Die Fingerstattel. Äh. Äh. Ach mal hier hin. Oh, neues Revolte. Jetzt habe ich bestimmt das Holzfühlchen gekränkt. Ja, das Holzfühlchen. Schön. Ich habe schon wieder gesehen, da sind sehr, sehr viele Bücher. Die lese ich aber jetzt nicht. Oh, wir gehen jetzt mal kurz runter. Und, äh, schauen wir mal. Oh, eine Nautilusmuschel. So. Alles mit. Hallo? Oh, ein Buch. Da haben wir schon fünf Bücher reden, ne? Ich habe ein verlorenes Buch gefunden. Schön. So. Das ist nix. Da haben wir noch Clay gefunden. Lehm. Oh, da ist auch noch mal was. Ich. Leute, noch ein Buch. Sehr, sehr interessant. Da, weil die ganzen verlorenen Bücher fertig sind. So. Auch noch was. Auch noch was. So. Wunderbar. Na, haben wir wieder was. Ich hätte so nachdecke. An und für sich kann ich ja großartig. Doch mal schauen, was wir da alles brauchen fürs Museum. Ach ja. Zum Thema Museum. Also, zum Thema Gemeinschaftszentrum. Mehr oder weniger. Davon habe ich nämlich geredet. Ach, da kann man gleich im Gemeinschaftszentrum danach schauen. Also, was wir da alles brauchen. Weil ich muss ja eh was abgeben. Das Ei. So. Ich. Das war hier. Dann haben wir das andere Ei. Schön. Dann brauchen wir noch ein Hühner-ähn. Dings Ei. Wir holen uns dann noch eine. Ein Schaf. Mehr nach. Das brauchen wir sowieso auch noch. So. Und dann hier. Ja. Mehr brauchen wir andere Viecher auch noch. Müssen wir mal schauen. Die Fischis. Brauchen wir Äpfel. Hasenfote und andere Bäumchen. Ähm. Oh, Spiegelei. Das kann man, glaube ich, schon machen. Dann brauche ich noch eine Markierolle und eine Trüffel. Und hier brauche ich noch die Erntenfeder. Ja. Und da unten ist ja schon fertig. Gut. Dann oben noch Geldabs ausgeben. Und hier brauchen wir noch die ganzen Fischis. Und hier kriegen wir schon noch zusammen. So. Ähm. Dann würde ich sagen, gehen wir mal. Und was brauchen wir hier? Hm. Wir feiern hatten Klaas. Ja. Schauen wir mal. Wenn jetzt schon alle in die Kneipe gehen, können wir mal schauen, ob wir ein paar Geschenke verteilen können. Ne. Vielleicht haben wir ja was. Dann kommen wir doch auch wieder weiter. Wie schauen denn hier unsere Dinge aus? Ja, Penny und, äh, ja, wird schon schön langsam. Es wird, es wird. Ach, Kacke. Mir ist gerade was eingefallen. Der Schatz sieht nicht so schön aus. Das mache ich, glaube ich, hier auch noch zu. Machen wir mal kurz. Eins, zwei. So schaut es nämlich schöner aus. Das ist so. Ähm. Genau. Die Muscheln. Ach so, die und die kommen da nicht mehr rein. Die kommen da rein. Upsa, da hat die nicht. Die kommt schon da rein. So. Mal schnell schauen. Die Silbernen. Die Silbernen, die können mir ja eigentlich egal sein. Die verschicke ich eh nie. Also würde ich sagen, kann man die verkaufen. Und da kommt das jetzt auch nicht mehr als Fün. Ja. Dann kriegen wir wieder ein bisschen Geld. So. Das hier weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Shit. Ha. Kling mal Geld rein. Jo. Dann tun wir noch die Dinge weg. Was brauchen wir denn für so einen Samenautomat? So, da brauchen wir denn Gold, Kohle und Holz. Wir haben Gold, Kohle und Holz. So. Noch mal eins. Zwei. Drei. Das war natürlich das Falsche. So, das ist das Richtige. Ach ja, die verfeuerten Quarz, wo ich auch mitnehme. So. Wo packen wir denn die Samen hin? Samenmaschine, würde ich sagen. Packen wir mal. Machen wir mal hier hin. Das ist knapp der Platz. So. Hütchen. Äh, Hütchen. Oh, machen wir da hin. So, Hütchen. Ähm. Ich muss mal gucken, wegen den Wintersamen. So, dann machen wir nämlich die zusammen. Ach, dann ansonsten braucht man, glaube ich, nur die Winterwurzel. Ah, ich hab mir mal gerade kurz, ich muss mal kurz mein Auge machen. Ah, ich hab mir mein Auge kaputt. So, ich jetzt halt. Ähm, das da auch weg. So, packen wir das schnell da rein. Dann wird mal hier ein paar Wintersamen zusammen bekommen. Ach so, und da hab ich hier noch gar keinen Sprinkler. Schön. Muss ich mal kurz den Sprinkler umbauen. Warum hab ich hier keinen Sprinkler? Oh, so. Hä? Ach so. Der Sprinkler hätte ich hier hin müssen. Oh, verdammt. Äh. So, da. Hier. Bis wir das Feld fertig machen. Schön. So. Kann natürlich nicht gießen, aber ich muss ja... Bikers ist ja auch bald wieder fertig, denke ich. So. Dann bringen wir mal eben kurz. Nehmen wir mal schauen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Mayonnaise mögen die ja auch so ziemlich alle. Ähm. Dann machen wir noch Pastinaken. Ja, nehmen wir eine Pastinake mit. Sonst nehmen wir eine Chili. Nehmen wir zwei Chilis mit. Fällt mir bestimmt Dingens auch. Das, glaub ich, Edelwecke. Weiß nicht. Mag die Marni? Ich weiß es nicht. Nehmen Kürbis. Natürlich nehmen wir einen Kürbis mit. Und, äh. Mal kurz gucken. Gerteile das Auge. Ein Amnethyst. Das hier nehmen wir auch mit. Und nehmen. Ja, passt schon so. So. Ich muss mir das noch kurz rein. Na, schau mal schnell, bevor es vorbei ist, zu... In die Stadt. Dann haben wir ein paar Geschenke verteilt. Und dann machen wir hier auch Progress. So Hardcore Progress. Dann haben wir gleich kurz da sind. Mal schauen, hat morgen immer Geburtstag. So, nach Maus. Nein, Caroline hat am Sonntag. So, jetzt nicht verpieseln. Nein. Nein. Aus. Böse. Geschenk für dich. Bitte. Das ist ein äußerst interessantes Exemplar. Danke, das ist wirklich nett. Bitteschön. Ähm. Gut, wir haben dann... Die wollen jetzt all schon wieder weggehen. Daher für dich. Ich liebe das Zeug ernsthaft. Du bist echt super, Peter. Ja, bitteschön. So, dann haben wir hier ein Geschenk. Warte, das ist Pierre. Äh. Was tränen in der Auge? Hallo, warte. Schlucki. Schlucki, bleib stehen. Das mag ich am liebsten. Mal wusstest du das? Tja, hatte ich mir viel Worte. Ähm. Ich habe leider keine tiege Auge dabei, aber das auch. Danke, ich mag das wirklich. Bitteschön. Also, das ist Pierre. Ja. Pierre, nehmen wir hier Marmelade. Das ist wirklich nett für dich, Mann, dass ich weiß. Bitteschön. Ein Pumpkin für dich. Was ist großartig, wenn du Papa noch hier wärst, wäre ich sicher total begeistert. Hier für dich Marmelade. Das ist ein wirklich lustiges Geschenk. Danke, bitteschön. Eine Chili für uns in die Geschehen. Oh wow, Mies, aber er wusste so, dass ich sowas mag. Tja, hier ist aber keine mehr. Das heißt, wir gehen weiter zum Bürgermeister Louise hier. Wow. Oh, das mag ich total gern. Danke dir, bitteschön. Marmelade geben wir dir. Danke dir, bitteschön. Für meine liebe Lea gibt es das hier. Oh, das ist genau das, was ich wollte. Danke dir, bitteschön. Panappen, 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 Panappen. Hey, hey. Ist das wirklich mal was? Tausend. Danke dir, bitteschön. Wir haben eine Marmelade für dich. Ach du meine Güte, bist du sicher? So. Dann bin ich mir auch noch sicher, dass vielleicht Emily das Ding da mögen könnte. Dieses Geschenk ist fabel. Vielen, vielen Dank, bitteschön. Ach ja, und was wollte er auch noch das hier haben? Oh, Mieser. Also du hast mal gesucht, gesehen. Die Notiz? Vielen Dank. Hier ist etwas für deine Nöte. Bitteschön. Yay, Manni. Was haben wir hier eigentlich noch? Tenten, Fäsche und Schädelschlüssel. So. Haben wir schön Geschenke noch zum Abend verteilt. Ist auch nicht schlecht. War ein guter, produktiver Tag. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen was reinpflanzen. Mh, so. Mal kurz hier schauen. Da. Ich weiß, den Posten jetzt nicht begossen. Ist aber egal. So. Haben wir hier noch ein bisschen. Samen sind ja noch nicht fertig. Packen wir das Zeug schnell wieder weg. Also weg damit. Oh. Die Gleben brauchen wir natürlich auch nicht. So. Die letzten Samen. Ja, ja, gleich. Komm, mach fertig. Danke. So. Lalalalalala. Äh, ja. Lalalala. Lala. Fertig. Nein, ich möchte jetzt nicht. Nein, danke. Nein, danke. Ich habe schon. So. Gute Nacht. Da ist doch mal wieder ein bisschen Geld reingekommen. Aber gut, wir haben auch relativ viele Muscheln verkauft. Gut. So. Bis morgen. Bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.